Kim Kardashian, Kylie Jenner und Kris Jenner beeindruckten bei der Paris Fashion Week mit modischem Flair. Auf der Maison Magiela Modenschau präsentierten sie individuelle Stile. Kris Jenner erschien in einem markanten schwarzen Mantel mit Puffärmeln, begleitet von Sonnenbrille und Lederhandschuhen. Kim Kardashian wählte ein eng anliegendes schwarzes Kleid mit Cutouts, das ihre Kurven betonte, während Kylie Jenner in einem glänzenden, grauen Paillettenkleid mit weißen Pumps und Tüllstoff auf den Unterarm glänzte. Die Fashion Show zog auch andere Prominente an. Bella Thorne und Noah Cyrus waren unter den Gästen, während Zendaya die Fendi-Modenschau besuchte. In der Front Row bei Fendi wurden Reese Witherspoon und ihre Tochter Ava Elizabeth Philippe gesichtet. Ebenso wie Jennifer Lopez, Rihanna und Natalie Portman, die in den vergangenen Tagen die Fashion Week besuchten. Die Pariser Veranstaltung wurde somit zu einem Star-gespickten Modeereignis, das die Vielfalt und den Glamour der prominenten Welt zeigte.